Halt, Vati! Das hast du doch eben grad reingelegt. Du musst ja was anderes nehmen. Denkste, ich will meines haben. Nein, nein, Herr Specht, das gilt nicht. Wer sagt denn das? Jetzt legen Sie es wieder rein, Herr Specht. Nein, ich würde nicht mehr rein. Was ist denn das da? Ach, ein Backofenreiniger. Was? Aber der kostet doch Hexen 4 Mark. Es war ausgemacht, dass jeder was für 20 Mark kauft, gell? Ein Schnipsel auf den Preis soll es nicht ankommen, solange das eine Freude bereitet.